Wir sind auf der Bundesstraße B29, Winterbach-Fahrt Richtung Stuttgart. Wir wurden nachher alarmiert zum VU-Eingeklemmten Person, zu dieser Unfallstelle hier. Wir waren an der Einfahrt, wo wir angekommen sind, nach kurzer Übersicht der Lage der Fahrer wurde, war bereits, die Türe war bereits durch ein Elftiges aufgebrochen mittels Beicheisen. Wir sicherten dann die Unfallstelle, stellten den Brennschutz sicher und klemmten die Batterie des Fahrts jetzt ab. Mit zwei Fahrzeugen und 14 Mann und ein Fahrer und noch 20 Mann Bereitschaft im Freibergerätehaus.